Und damit gehen wir rein in dieses Halbfinal-Hinspiel. Witze! Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Jadon Sancho. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Reus. Nein, kein Tor. Schöner, platzierter Ball, aber am Ende eben doch kein Treffer. Dele. Da kündigt. Jetzt schießt er. Was für eine Parade! Zissoko. Super-Aktion von Bürki. Das muss er besser lösen. Müsste Gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwahrt. Der Ball kommt rein. Aurier! Und da haben wir es! Das Tor! Da kommt er rein und macht gleich sein Tor. Alles richtig gemacht mit diesem Wechsel. Hah! Bis zum nächsten Mal.